Wir haben hier die guten Sniper-Rifles frei und die guten dicken Waffen. Wir haben einen wunderschönen Breakthrough gemacht und wir beginnen mit einem Training-Center-Konstruktion. Immerhin werden wir verloren. Ähm, mache ich das Training-Center nicht schon? Das Training-Center habe ich glaube ich immer noch nicht. 50% schneller bauen. Eigentlich nicht, eigentlich ist es nicht. Eigentlich ist es mir relativ bewusst. Tatsächlich. Aber die Autopsie sind glaube ich auch nicht so entschneidend. So. Supplieren. Unsere Soldaten haben einige Hände während der bisherigen Covid-Aktionen genommen. Aber das Wort für die Medikamente ist, dass sie alle gut sind. Entschuldigung. Entschuldigung, dass wir neue Möglichkeiten haben, um die Älteren zu schreien. Gain-Ability-Points. Krieg 12 Ability-Points dafür. Locate die Faction. Hacking plus 4. Müsste ich ja eigentlich jemanden geben, der auch hackt. Sprich, wir haben einen Specialist auf der entsprechenden Stufe habe. Reduce Avatar Progress. Das hier ist wichtig. Tatsächlich. Require 2 Soldiers. Sergeant oder höher. Bingo Equivalence. Sarah Yotun Rico. Also mit Sergeant kriegt man den Spitznamen übrigens. Bin 6 Tage verwundet. Ah, das wäre super nice to have. Aim plus 4. Aber ich will eigentlich die Dingenszeit machen. Resistance Orders. Locate Faction Sergeants. Hier kann ich einfach irgendein Soldaten nehmen. Zurück an allen Soldaten, der nicht so wichtig ist. Kann ich zum Beispiel hier Dead nehmen. Der ist ein Specialist, der kriegt Hacking. Sojo Wu ist mir egal, weil die brauche ich sowieso nicht. Dann holen wir uns halt Ability Points. Weil das einfach nur liegen zu lassen wäre natürlich doof. So, ignore. Achso, wir können jetzt schneller heilen, ne? Wenn wir dahin zurückgehen, werden wir uns schneller heilen. Im HQ. Wir sind nicht alle so ähnlich, Commander. View Facility. So, jetzt kann ich hoffentlich direkt das Squad Upgrade bauen, dass ich schon mal 5 Leute mitnehmen kann, das wäre super. New Combat Tactics. Hier das Squad Size Purchase, auf jeden Fall. Wir brauchen einen Captain für. Hier gibt's, äh, Special... Ah, hier gibt's Special Sachen, wo man direkt, äh, stärker wird, ja. Range Attacks, Doom My Enemies und sowas. Äh, äh... Train Rookies als Specific Class, kann ich außerdem auch machen. Train Rookies als Specific Class, kann ich außerdem auch machen. Das will ich jetzt übrigens gar nicht. Ähm, aber jetzt hab ich doch wieder ein Engineer frei, oder? Hat hier keiner? Nee, hat hier keiner gebaut, okay. Na gut. Ähm, wir wollen mich aber noch heilen und dann die Black Side machen. Es ist so, wie ich hatte, Commander. So, Resistance Radio. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich wollte schon sagen, dass ich wieder geheilt bin. Ich glaube, es hat mir gerade gedacht, dass ich geheilt bin. Power Relay. Das Power Relay baue ich hier oben rein. So, und hier machen wir wieder ein Exquerade. Das wird das leeren. Ähm, mal kurz gucken. New Soldiers. Ich bin wieder da, sehr schön. Das heißt, jetzt, ups. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Hier, Black Side. Launch mischen. Auf jeden Fall für Ostafrika. Hey, Commander. Build Items. Small Grand Armor. Nanoscavers. Nee. Sharp Shooter Upgrade. Grenade. Grenadier Upgrade. Ranger Upgrade. Templer Upgrade. Templer Upgrade. Templer Upgrade brauche ich nicht so wirklich. Skirmish Upgrade. Das war, glaube ich, auch noch ganz geil. Und ich glaube, das Sharp Shooter Upgrade nehme ich noch. Wenn du mehr Damage machst. So, jetzt habe ich meine Supplies komplett dafür ausgegeben. Das soll jetzt also laufen. Hm. Sonst habe ich ein Problem. So, Sharp Shooter. Verdammt. Das ist für das falsche Upgrade ausgegeben. Den Upgraded, oder? Ja, verdammt. Ja, ich habe den Upgraded. Weil ich soll den auch mitnehmen. Ähm. Make Items Available. Flashbang. Doppel Heal haben wir. Ja. Sniper und auch einen Healer. Sehr gut. Den hier habe ich noch Upgraded, ne? Ich habe den Upgraded. Waffe macht's. Wo steht's denn? Was kann ich für dich, Commander? Was kann ich für dich machen, Commander? Weapons. Genau. Grenadier Upgrade, Ranger Upgrade habe ich nicht gemacht. Ich habe den... ...Bull Pub Upgrade gemacht. Genau. So, Launch Mission. Haben wir's jetzt. Heilung, Heilung. Dem könnte ich noch mehr HP geben. Und hoffen, dass ich die Granaten nicht brauche. Wenn es die Red Advent Blackside ist. Zwei relative Nahkämpfer dabei. Los geht's. Und jetzt hole ich mir noch kurz was zu trinken. Hätte ich mal auf Beginn Mission geklickt. So. Wirklich viel Durst. Mensch. Unsere Kontakte in der lokalen Resistance haben uns gezeigt, wie man den Advent Blackside zu erreichen kann. Die Aliens haben hart gearbeitet, um dieses Platz unter dem Radar zu halten. Und wir wissen nicht, was wir da finden werden. Bleib deine Hände auf. Expect heavy Opposition. Expect heavy Opposition. Wenn du halt übel werden. Wir haben confirmiert, dass der Blackside in deiner immediate vicinity ist. Dann passen wir rein. Dann passen wir rein. Dann passen wir rein. Da geht's dann raus. Wir sind geflammt von Natur. So. Momentum. Wundervoll. Als du orderst. Wir gehen nicht zur Zielposition. Zerstoffen. Halte dich auf uns. So würde ich sie eigentlich gar nicht nehmen. So würde ich sie eigentlich gar nicht nehmen. Zeit für Motor. Dann hab ich noch meinen... ...meinen Flinkfuß sozusagen. Oh. Da brauch ich das Shreddern auf jeden Fall. Natürlich hab ich die Shredder-Leute diesmal nicht dabei. Fuck. Hundert Prozent. Sechs bis acht. Ich würde sagen, der ist ganz gut im Nahkampf. Wahrscheinlich kann ich mich direkt hier durchknallen. Ich hab hier eh keine... Was? Roger. Ich hab meine Augen um. Das ist die Frage. Wer gebe dich zu dieser Position? Bin dabei. Jetzt kann ich durch Renten. Nach dem Renten darf ich ja noch, ne? Click of Momentum. Generate Fokus on Kids. Fokus kriege ich leider nicht. Nicht angeschossen ist. Aber guck guck. Sechs Damage. Der ist halt übel, weil der Granatwerfer hat für mich gerade einen. Ich hätte mich so zusammenstellen sollen. Sehr schön. Der ist down. Liam Kurt Warnsley ist halt meins. Komm schon. Triff. Sehr schön. Ah, der hat dafür nicht getroffen. Peri eingebaut. Wo bin ich jetzt? Oh. Sie wieder. Sie wieder. Sie hat aber noch nicht. Sie hat aber noch nicht. Also kein extra Boni gekriegt, okay. Und noch nicht. Und noch nicht. Mein Arbeit ist nie getan. Es klingt so, dass der Erwanderer uns vor uns geht. Bleib dein Schmerz auf und deine Augen fest. Ha, Perry ist halt so stark. Perry ist an der Stelle so stark. Das mach ich hier ganz entspannt zu. So, dann krieg ich auch den Fokus, nämlich. Genau, krieg ich auch den Fokus. Und wir dürfen noch dauernd in die Mitte. So, da wir keinen Overwatch brauchen, kann ich dann, glaube ich, auch ein Stück vorlaufen. Benzintank aus Deckung? Hallihallo, Diplomgnomen. Welcher Benzintank denn? Ich hab keinen Benzintank aus Deckung genommen. Das sind keine Benzintanks. Das sind Tanks, wo andere Sachen drin sind. Um es mal spoilerfrei auszudrücken. Aber herzlich willkommen beim Stream. Wie gesagt, Hallihallo. Ähm... Chip, 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 chip. Ich freu mich relativ weit vorne. Schon unterwegs. Oh, guck mal, wer da hinten rumläuft. Sehr schön. 6 Damage, bevor der überhaupt so richtig in Sichtwelle gekommen ist. Über die komplette Karte geschossen. Hilft halt dir, der hohe Stand. Hm, jetzt seh ich ihn nicht mehr, weil er so weit rechts hingelaufen ist. Das ist natürlich doof. Ich könnte hier wieder renten. Wer ist denn den? Blödmann! Moin, moin! Hallihallo, mein Lieber. Na, heute gar nicht am Stream. Soll ich dich auch noch als einer meiner Soldaten machen? Also, wenn irgendjemand hier gerne ein Soldat für mich werden würde, ich hab noch ein paar Plätze frei. 6 bis 7. Also krieg ich den auf jeden Fall tot. Das heißt, wir machen das mal. Zack. Und Fokus kommt dadurch auch. Und irgendwie ist kapsenlaut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Zwischensequenz. Gleich erst das rum. Wert, Hallihallo. Trotzdem wirst du auch einer meiner Soldaten werden. Musst du mir bloß so ein bisschen deine Vorstellung sagen, wie du aussehen möchtest, ungefähr. Ist sehr, sehr viel möglich. So, ich will aber jetzt nicht hier stehen bleiben, wegen den Turrets. Tschüss. So, haben wir das. Also, ich könnte mich hier irgendwo hochziehen. Bring mir aber nicht so behandelt nicht viel. Ich kann mich noch weiter hochziehen. Bring mir, glaube ich, wirklich auch nicht mehr. Und da ich gerade niemanden sehe, kann ich auch niemanden aus dem Versteck ziehen. Voll gemein. Targetpreview. Hier sehe ich auch noch niemanden. Wo sehe ich denn niemanden? Die drüben dann erst wieder. Das würde bedeuten, ich muss mit dem hier ein Stück weiter rüber laufen. Das sehe ich jetzt jemanden. Ja, genau. Der hier ist also doof. Positioniert. Aber schön, dass du rein schaffst, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Muss ich mal so blöd fragen. Vier. Komme ich nur bis zu D. Gerne. Muss man jetzt mal sagen, was sind deine zwei Lieblingsfarben, die du haben willst zum Beispiel. Also, weil es immer zwei Farben gibt. Das ist jetzt mal wie wichtig. 72%. Komm, hauen wir den weg. Schwarz und blau. Okay. Jetzt ist es ja das große Art. So, jetzt jetzt hier in dir, müsste ich den hierher ziehen können. Und bei mir, über mir auch, waren wir sehr entspannt. Du, nee. Aber das ist ja wohl in Justice. Echt, wer nur eine Target took you and deliver a Rip-Check-Strike will David nicht. Ist ja gemein. Darf man aber beschießen. Wahrscheinlich, weil er am Cover ist. Und da oben treff ich nicht. Muss ich, glaube ich, langsam mal nachholen. Ich hab eigentlich heute nur gestreamt tatsächlich und sonst nicht viel getan. Ach, nö. Ekelschlangen, hör auf damit. Es gibt keinen Platz für Fehler hier. Moment, ich schieße. Ich schieße gerade, der beschießt, den der Schatz festgebrannt ist. Soll ich sonst versuchen, einfach so ein bisschen, dein Gesicht und Varianten wiederzuspiegeln. Okay, du bist mir gerade nicht mehr nützlich. Du musst also hinterher sprinten lassen. Das wissen, heute spielen. Weiterhin hier schön liegt Training oder wie sieht's aus? Hast du heute einen anderen Plan verfasst? So, ich bin mal versuchen, das geht. Und ich gehe in die Rüge, kann ich dann Justice benutzen? Oder geht es einfach auf diese Schlange nicht? Oh. Na, halli, hallo. Du bist nicht mit diesen Silvielfassilien, Commander. Ich bin ein viel größerer Frag zu deiner Existenz. Wir haben die gewählt. Beide, um zu kämpfen. Hm. Was ist das Problem? Ich müsste hier mal rein renten. Um ein Tier zu befreien. Überlegst du zwischen Leak und Backout 4. Wieso überlegst du da überhaupt? Ich muss natürlich Blackout 4 sein. Hallo. What, der sieht den nicht? Das war's dazwischen, deswegen sieht der den nicht. So, ich muss mal den blöden Chosen endlich in der Einheit gebieten. Ich will eigentlich nicht den treffen, ich will lieber den treffen. Jawohl. 7 Damage ins Gesicht. So will ich das sehen. Das will ich sehen. Will ich mir einfach jetzt ein ins Gesicht geben? 6 bis 8. Versuchen wir das mal, würde ich sagen, oder? Blademaster, 7 Damage ins Gesicht. Braucht noch ein Damage mehr. 56. Hoffen wir mal, oder? Jawohl. Die Mistding plattgemacht. Yes. Richtig gut. Dieses Mistkrüppelvieh. Das hat mich vorher nämlich schon einiges gekostet. Ich sag mal so, ich hab jetzt gestern Abend und heute Morgen ein bisschen Lied gespielt und ich hab richtig dran gesackt. Das Problem ist das Ding da oben. Der Turm ist nämlich dann doch ein bisschen ekelhaft. Muss ich wahrscheinlich mal ausschalten. Wie beim Scharfschützen zum Beispiel. Der Scharfschütz, der sie an einem stehenden Turm nicht trifft. Das ist langsam wieder die Legende vom Staat. Ach, du meinst Berlin. Das würde mich freuen, wenn ich mal so weit kommen würde, aber... Bei mir in letzter Zeit läuft das halt gar nicht. So. Stellen wir uns mal hier, um die Tür aufzumachen. Position bestätigt. Und dann laden wir mal nach, bevor wir in die Tür reingehen. Nachgeladen. Und sammeln uns hier ein bisschen. Wenn du musst, nicht nachladen. Du kannst einfach dazukommen. Du bist unser psionischer Nahkämpfer. Du willst auf jeden Fall auch mal nach. Reload. Yes. Please. Und dann musst du halt hinterherlaufen. Der kann sich gleich mal noch selber verarzten. Okay, du lädst auch und lädst nach. Ich muss manchmal ein bisschen aufholen. Na, na dann. Aber bleibst du bei deinem Yasuo-Gameplay sozusagen weiterhin, mein Lieber? Gib ihnen meine Hilfe! Oder macht das bloß zum Spaß und dem Rank-Spießen normalerweise was anderes? Oder bist du wirklich Yasuo-Main? Normalerweise, wenn wir dann ein bisschen Setup haben, deswegen frage ich das wirklich. Und du hast dann ja in einem... Yasuo-Ori de Blanc. Okay. Weil bei Yasuo bist du ja normalerweise doch ein bisschen Setup haben. Dein eigener Knock-Up ist dann manchmal doch ein bisschen wenig. Das hilft dir schon, wenn man dann noch ein paar andere hat, die vielleicht auch mal einen Knock-Up machen. Funktioniert die Yasuo-Ult? Und... Künstler-Linie. Was ich gerade fragen wollte, ist... Funktioniert... Ähm... Yasuo ist Ult eigentlich auf der Ult... Basiert auf der Ult von Ori. Also wenn Ori ultet, kann Yasuo die Leute auch noch ulten. Das wäre eigentlich ein ziemlich geile Kombo, oder? Denke ich. Vermute ich. Keine Ahnung. Ich bin Silber und habe keine Ahnung. Befehl bestätigt. Ich habe keine Ahnung. Hm, komm nur an den ran. Das ist natürlich Shit. Ich kann eigentlich einfach mal da hin. Und den dann später von der Seite hinzukriegen. Oder die Türe aufkommen. Das würde natürlich eigentlich nicht. Aber ich bin nicht... Eigentlich dürfte ich nicht sichtbar sein für den. Ja, Kommandor. So. Ja, geht. Okay. Also Ori, Yasuo wäre eine richtig geile Kombo. Dummerweise wirst du Yasuo und Ori in der Mitte spielen, normalerweise. Hm. Mist. Dann wahrscheinlich lieber sowas wie den Cyber Support. Oh. Weil die Cyber Support ja auch mit der Ult einen richtig geilen Knock-Up hat. So, jetzt will ich erst mal kurz hier ranten. Nicht auf den, sondern auf den da. Damit der mit seinem Overwatch weg ist. Weil der Charakter keinen Overwatch auslöst. Also diese Bereitschaft nicht auslöst. Aber das spielt halt kaum jemand. Ja, so top. Das meinte ich. Tatsächlich. So, dann haben wir den weg. Ich bin ja dabei, es ist zu securen. So, Perry rein. So, der wird hier suppressed. Das ist tatsächlich nicht, aber. Aber der sitzt pro Team, den Sitzprozent zu treffen. Ich suche ganz ordentlich. Drückt rein. Das wird auch nicht mehr suppressed. Guck mal, meiner an. Auf den Move. Aber es können ja schön alle auf den Typik knallen. Du kannst ja... Bist du blind? Junge. Bist du blind mit die Augen auf? Ach komm. Moving to Overwatch. 5 bis 7 mach ich. Soll ich, dass ich kaum Zeit hab. Ja. Was soll's. Bereit mal deinen Stream vor. Also, ich weiß schon, das dauert immer ein bisschen. 6 bis 8. 6 bis 8, also wir kriegen das Ding auf jeden Fall tot. Das Problem ist, da hinten steht ja niemand, der uns angreifen kann. Wegen ist die Frage, wie ich das trotzdem versuch. Ich hab' ich versuch'n trotzdem wieder zu ballern. Ah, hat gereicht. Sehr schön. Das war's für dich. Ja, du kannst auf den schießen, das ist aber nicht schlimm. No, Overwatch. Und der hat ja noch mehr. Der ist natürlich ungünstig. Guck, guck. Ähm. Hey, Bruder, schön guten Tag, meine liebe Freude. Ihr wollt doch nichts von mir, oder? Alter, ich muss den nur auf jeden Fall nachziehen hier. Der muss so dringend hinterher, der Sniper. Der ist einfach ewig hingeblieben. Aber es freut mich raus, wenn du reingeschaut hast. So. Äh. Sieben bis acht mache ich, ne? Nämlich den ihr doch mal mit. Schlitz. Ähm. Dann habe ich mehrere Leute, die auf mich schießen wollen, ne? Das heißt, wir müssen uns mal irgendwie ein bisschen verkrümeln. Was gut. Ich liebe diese Klasse. Ich liebe, 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 liebe diese Klasse. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen nachrutschen. Rutschen wir mal, Mordorvi. Sollte uns helfen. Wir haben hier über Überwachungsposition. Wir müssen auch noch Überwachungsposition. Also, ich habe keine gute Deckung für Überwachungsposition, ne? Nicht so eine richtig gute Deckung. Da läuft es einfach nur mit. Sehr schön. Da hat es sich schon gelohnt. Ich hoffe, dass du triffst. Dass irgendeiner trifft, auf den Tywin, der da ran sprintet. Oh, oh. Oh, das ist ein Stress. Das ist zum Glück gemisst. Kannst du hier nichts sehen, Adder. Blinder Sniper war er nicht. Den Sniper, den die ganze Zeit nur vorschicken muss. So, welches jetzt von euch suppressed? Nochmal hier direkt. So macht man einen Nahkampfangriff. Zack. Ins Gemetzel. Einfach rein. Und dann lösen wir noch Parry auf. Dann ist alles geschossen. Nicht so ein diverser von mir. Press, wird wie gesagt. Komm ich denn damit. Oh, der kommt nämlich hier hoch. Natürlich ganz nett. Zack. Aber das löst aber auch mal den Overwatch aus. Das ist Overwatch der Gegner aus. Ha, Leidung Reflex ist jetzt verfehlt das erste Mal. Stimmt, habe ich ihm ja gegeben. Perfekt. Da haben wir das Overwatch aber vor allem verbraucht. Das ist das richtig Gute. So, 97. 77. Ich glaube, wenn ich das mache, ist es nicht nur suppressed, ne? Damit sollte... Genau. Suppression removed. Sehr schön. Ähm. Hier sehe ich mich nur noch einen Gegner. Oh, jetzt stehen wir übereinander, ne? Das Ding hat einen Granatwerfer. Eventuell wollen wir das nicht so machen. Eventuell wollen wir das nicht so machen. 72. 32. 72. Ah, ich glaube, das hat gereicht. Sehr schön. Ich nehme noch der Kleine übrig. Und ich habe eine gute Deckung kriegen dagegen. Das ist doch top. So, wir können die nochmal im Nahkampfblatt machen. Hier. Auf geht's. Ins Gesicht. Geschlitzt. Das fühlt sich einfach so gut an. Das fühlt sich einfach so gut an. Wir nehmen mal die Sample hier raus. Backside Vinyl. Jetzt müssen wir nur noch abhauen. Superweise genau da vorbei. Und die sind. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. Oh, 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 oh. So. Machen wir mal hier mit ein bisschen Höhenvorteil. Und Overwatch. Und hier brauche ich ein bisschen Deckung. Und Pistone Overwatch zumindest. Äh, puh. Ja, nein, und Übersicht. Willen wir hier die Leute direkt angreifen, bevor die sich irgendwie in Deckung begeben. Das wäre nämlich ganz schön mies. Die gefällt mir nicht. Der Psychotyp gefällt mir gar nicht. Ah, sehr schön. Der hat ja echt mal acht Schaden getroffen. Damit ist er quasi tot. Miss the target. Äh. Guck, guck. Wie viel mache ich? Sechs bis acht. Er hat ja nur sechs Leben. Aber dann. Ne, 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 mu. Und weg bist du. Hab ihn erwischt. So, sieben bis acht noch in dem Damage. Ich würde sagen, einfach drauf. Und dann wird parried. Fokus. Damage increased. Parry. Falls er auf mich schießt. Seht er nix. Und der sieht nix. Ach, du bist wieder ein Blindfisch, Alter. Guck doch da. Sechs. Ja. Stole. Lightning Reflexes. Hadatz. Da ist das Ding hin. Wir wollen noch Overwatch. Weil der Typ, der sich gleich wieder bewegen will. Den wir gerade da zum Brei geschossen haben. Und der dadurch gesaved wurde unter dem Psyonik. Stasis endet. So, guck, guck. Nix damit. Das sehe ich anders. Bisschen nervig hier, dass so viel Verstärkung kommt die ganze Zeit. Bisschen nervig. So. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich wollte, was sich aber tut. Lumida. Hallihallo. Darf ich dich auch noch als eine meiner Soldatinnen eintragen? Die hab ich total vergessen, ne? Finde ich blöd. Hab ich jetzt zwei Leute? Muss ich Blödenmann und Lumida noch machen? Ja, ich schreibe mir das gerade auf. Lumida ist bei den Memes angekommen, Twitch. Du warst noch nicht hier, ja? Ich hab die Leute genommen, die mir häufiger in letzter Zeit zugeschaut haben. Letzte Zeit hab ich mir nicht so häufig zugeschaut. Da sind wir mal kurz reingeschaut. Und die werden gerade richtig zusammengeschossen. Das hätten die nicht, die hätten das nicht so markieren sollen mit dem roten Leuchten. Ja, komm schon. Kuckuck. Er bewegt sich auch nicht mehr? Er bewegt sich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, langsam lerne ich es. Ja, aber nur, aber das war ja wahr. Also langsam lernen, das war ja die richtige Aussage. Da brauchst du kein Körper dazu machen. So, wir gehen mal hier dann raus. So. Einer steht da noch nicht ganz drin. Oh, du brennst. Warum brennst du denn? Weil der Typ wieder explodiert ist. Na, halt da durch. Durchs Feuer. Geht nicht anders. So. Das war eine Demonstration. Ah. Demonstrationi. Und ja, ich kann kein Italienisch. Ich tue immer nur so. So, nur noch einen Sniper rausholen. Der ist immer ein bisschen hinterher. Aber du kommst gerade zu einer ungünstigen Zeit, weil ich habe mir gerade gedacht, wir machen jetzt noch die Black Side. Und dann würde ich wahrscheinlich langsam aufhören und streamen. Ich bin nämlich gerade heute schon wieder 6 Stunden 42 dran. Wie geht's dir, meine liebe Lumi? Was macht das Leben? Ich habe gesehen, du hast jetzt auch regelmäßig hier an den 10 Zuschauer. Voll toll. Freut mich für dich. Und wir haben diesen blöden Typen gesehen. Nochmal, mein Twitch-Knowledge ist schön, dass ich immer weiß, wo du bist. Aha. Äh, was für... Wie brauchst du meine private Twitch-Knowledge, oder kannst du das hier im Stream machen? Für ihren Effort. Wenn sie uns wieder aufhören, werden wir bereit sein. Okay. So. So. Expected 125 Rewards bei Mission-Types. Okay. 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 So. 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 DemonstraASS- folks. So. 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 Oh. So. Mal. So. da ist aber niemand aber ich vermute mal dass du das geld trotzdem kriegst ja also das denke ich einfach kann auch sein dass der sein abo abgebrochen hat aber twitch wird wahrscheinlich das geld nicht die ja wieder abziehen das denke ich also solange da steht dass du das geld kriegst also dass du das geld verdient hast du zu sagen ich habe auch schon wieder da wenn der geld steht dann wird denke ich würde dass der wahrscheinlich ich will begin preparations okay Okay, Inkryption. Also. Soldiers. Guck mal, kann ich sogar die hier?